Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Update. Nummer 4 sind wir schon, Folge 4 sozusagen. Und ich möchte euch einfach mal den aktuellen Senden planen. Da habe ich mir jetzt mal ein paar Danken dazu gemacht, wie ich es in Zukunft jetzt weitermachen kann und will. Und deswegen zeige ich euch den mal auf meiner Seite. Auf www.jenex.de.vu, wenn ihr die Seite noch nicht kennt. Solltet ihr mal draufgehen, ihr erfahrt so über mich, welche Displays ich so habe. Und ein Forum haben wir auch. Und zwar fange ich jetzt einfach mal von oben nach unten an mit Minecraft-Piece-Sound-Projekt. Montag bis Sonntag ab 15 Uhr solltet es in Zukunft kommen. Dann Diablo 3 mit Reaper of Souls soll Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 16 Uhr kommen. Und Minecraft mache ich jetzt einmal pro Woche und das ist der Mittwoch ab 16 Uhr. Und die Let's Updates machen wir, ja, wenn was zu berichten gibt, kommt eine Folge pro Woche. Also, da darf man sich jetzt nicht so festlegen, wenn jetzt irgendwas Neues ist oder sowas, kommt es dann in ergebenden Zeit. So. Okay, was wollte ich euch noch sagen? Ja, in Zukunft werde ich ein Video machen, wenn ich meine Kamera dann endlich mal habe. Dann werde ich hier auch ein Video veröffentlichen, werde es auch nochmal kurz erzählen und sowas. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen mehr. Und als nächstes, ja, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass ich einen Twitch-Account habe. Und dass wir auch den ersten Livestream schon mit dem Beast Town live mit V2Beast Ultimate, ein Bau-Avent, schon gemacht haben. Und das nächste startet dann am 18.10. um 20 Uhr. Hier steht es auch nochmal. Würde mich also freuen, wenn ihr zuschauen würdet. Und, ja, in Zukunft werde ich auch hier, wenn wir die Story von Diablo 3 haben, also durch haben, da werde ich auch einen Livestream machen. Und das dann auch ziemlich öfters. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja. Das war es eigentlich schon alles. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Und, ja, dann sehen wir uns dann die nächste Folge wieder. Wenn es soweit heißt, let's update. Macht's gut. Bis zu der nächsten Folge. Ciao, ciao.